Jetzt mit Pastor Joseph Prince. Heute wollen wir uns mit einem Sohn Abrahams namens Zachäus befassen. Er wird in der Bibel namentlich genannt. Schauen wir uns mal seine Geschichte an. Lukas 19, ab Vers 1. Und er kam nach Jericho hinein und zog ihn durch. Und siehe, da war ein Mann genannt Zachäus. Sein Name ist Sakai im Hebräischen, was der Reine bedeutet. Ein Oberzöllner. Er wurde seinem Namen also nicht gerecht, okay? Und dieser war reich. Ein Reichtum an sich ist nichts auszusetzen, aber er war durch Betrug reich geworden, durch Stehlen. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Unser Thema heute ist Hoffnung. Ich finde es interessant, dass es hier eine Tochter und einen Sohn Abrahams gibt, die beide den Kürzeren gezogen haben. Die Frau war gebeugt. Zachäus war zwar nicht buchstäblich gebeugt, aber er war kurz geraten. Gott möchte denen, die den Kürzeren gezogen haben, etwas sagen. Ich sehe schon, wie einige von Ihnen sich aufrichten. Er konnte Jesus nicht sehen, weil er zu klein war. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, sagen Sie, Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Vers 5. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn. Erstaunlich. Unter der ganzen Menge dort sah Jesus ausgerechnet ihn an und sagte, Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Jedes Wort davon ist so schön. Später werden wir diese Einladung noch Wort für Wort durchnehmen. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Wissen Sie, als ich Pastor wurde, wollte ich lange Zeit gerne ein Pastor sein, der den Armen hilft. Ehrlich. Wenn ich beispielsweise in der Zeitung eine Geschichte über eine arme Frau las, die in nur einem Zimmer in einer besonderen Einrichtung lebte, dann ging ich dorthin und brachte ihr Dinge, um ihr zu helfen, ohne dass ich jemandem davon erzählte. Ich liebte es, solche Dinge zu tun. Deswegen betete ich, dass Gott mir eine Gemeinde voller armer Menschen geben würde. Ich betete wirklich, dass Gott mir eine Gemeinde geben würde, in denen ich die Armen segnen und ihnen helfen könnte. Ich wollte den Armen unbedingt helfen. Also erhörte Gott mein Gebet über die Maßen, mehr als ich bitten oder verstehen konnte. Und zwar segnete er unsere Gemeinde mit Menschen, die finanzielle Erfolge hatten und Beförderungen und Prämien bekamen. Das brachte mich so in Verlegenheit, besonders als andere Gemeinden davon hörten. Und ich sagte, Gott, ich habe darum nicht gebeten. Und Gott sagte, du willst den Armen helfen? Dann musst du eine Gemeinde haben, die Mittel hat. Du brauchst eine starke Gemeinde. Es gibt viele Gemeinden, die arm sind. Ich möchte, dass deine Gemeinde gesegnet ist. Ich erhöre dein Gebet, eine Gemeinde voller armer Menschen zu haben, aber nicht so, wie du wolltest. In dem Fall könntest du anderen kein Segen sein. Das wäre egoistisch, sagte Gott. Nicht nur deine eigene Gemeinde soll gesegnet sein. Ich möchte eine Gemeinde aufstehen lassen, die so stark, so gesalbt, so florierend ist, so gesund, so gesegnet, dass der Segen einfach übersprudeln muss und den Menschen drumherum und den Nationen der Welt ein Segen ist. Also Gott weiß es am besten. Und dann kamen zu uns alle möglichen Leute. Zum Beispiel eine Dame. Sie war ein Waisenkind. Und sie hatte die Idee, eine Firma zu pachten. Nur eine Idee. Sie erzählte mir das sogar selbst. Das weiß ich nicht nur vom Hörensagen. Bei einem Abendessen erzählte sie mir das. Pastor Mark war auch da. Sie erzählte mir, als sie zur Gemeinde kam, waren es meine Predigten, die ihr den Glauben gaben, ihr Geschäft zu eröffnen. Sie begann es gerade zur richtigen Zeit. Alles passte genau. Und die Firma wurde siebenmal überzeichnet, als die Nachfrage nach ihrem Wertpapier größer war als das Angebot. Unnötig zu erwähnen, dass die Firma heute an der Börse zugelassen ist. Dann gibt es Menschen, die bereits wohlhabend waren, als sie kamen, und Gott hat sie noch wohlhabender gemacht. Aber mich brachte das in Verlegenheit. Ich sagte, Herr, die Leute nennen mich einen Wohlstandsprediger, aber dabei predige ich doch nur über Jesus. Und Gott sagte, da hast du selber Schuld, weil du über Jesus predigst. Als Jesus geboren wurde, kam Gold zu ihm, steht in der Bibel. Wo immer Jesus ist, da ist Wohlstand. Also sagte der Herr, du hast selbst Schuld, dass Wohlstand in deiner Gemeinde herrscht, weil du meinen Sohn Jesus predigst. Also gab ich mich geschlagen. Wenn man Jesus predigt, dann herrscht Gesundheit, dann kommt Wohlstand. Darf ich da mal ein kräftiges Amen hören? Okay, weiter. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Zacchaeus aber trat hin und sprach zu dem Herrn. Das ist vermutlich, nachdem Jesus bei ihm zu Hause eine Mahlzeit eingenommen hatte oder so. Zacchaeus trat hin oder stand auf, weil er vorher gegessen hatte, vermutlich bei einer Mahlzeit. Also jetzt stand er auf und sagte, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm, und ich glaube, das sagt er uns allen, heute ist diesem Haus heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Man könnte einwenden, er nennt ihn einen Nachkommen Abrahams, aber das sind die anderen Menschen doch auch. Die anderen sind doch auch Nachkommen Abrahams. Nein, das ist ein besonderer Ausdruck. Er ist der Sohn Abrahams, ein Mann des Glaubens. Und Jesus gebraucht ein Wortspiel, das sich aufs Hebräische bezog. Ein schönes Wortspiel. Er sagte, heute ist Rettung in dieses Haus gekommen. Der Name Jesus bedeutet Rettung. Der hebräische Name Jeschua bedeutet Rettung oder Heil. Heute ist Rettung in dieses Haus gekommen, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Wer von euch hätte gerne, dass Jesus zu euch nach Hause kommt? Jesus hängt mit den Söhnen und Töchtern Abrahams herum. Amen? Halleluja. Jetzt wollen wir die Geschichte genauer unter die Lupe nehmen. Wir wollen jeden Aspekt genau beleuchten und uns vom Heiligen Geist Wahrheiten zeigen lassen. Warum dieser Mann ein Sohn Abrahams ist und warum ausgerechnet er die Aufmerksamkeit von Jesus auf sich zog. Würden Sie das gerne wissen? Amen? Deswegen sind Sie gekommen, während andere shoppen gehen, um sich Dinge zu kaufen, die sie nicht brauchen. Mit Geld, das sie nicht haben. Um Menschen zu beeindrucken, denen sie egal sind. Sie sind gekommen. Wenden Sie sich Ihrem Sitznachbarn zu und sagen Sie, Sohn Abrahams oder Tochter Abrahams. Pastor Prince möchte klarstellen, dass man ruhig shoppen gehen darf. Solange man sich Dinge kauft, die man sich auch wirklich leisten kann. Amen? Lasten Sie sich keine Schulden auf. Wenden wir uns dem ersten Teil der Geschichte zu. Ich möchte die Aussage von Jesus analysieren, okay? Schauen Sie, was Jesus sagt. Vers 5. Zacchaeus. Zacchaeus war auf einen Baum gestiegen, weil die Menschenmenge so groß war. Sie müssen verstehen, wenn Jesus in eine Stadt kam, folgte ihm eine große Menge. Seine zwölf Jünger waren mit dabei. Einer trug seine Tasche. Ein anderer war ständig am Zweifeln. Sicher oder nicht? Ist diese Stadt sicher oder nicht? Sicher oder nicht? Ständig am Zweifeln. Und dann gab es auch noch Leute, die sich selbst zu Nachfolgern von Jesus ernannt hatten. In der Bibel steht, dass Jesus 70 Jünger hatte. Von diesen 70 gehörten 12 zu seinem inneren Kreis. Von den 12 gehörten 3 zu seinem innersten Kreis. Petrus, Jakobus und Johannes. Von den dreien stand Johannes ihm am nächsten. Und wir wissen den Grund dafür. Also, Jesus hatte eine große Gefolgschaft, als er nach Jericho kam. Aber dieser Mann kletterte auf einen Baum und schaute hinab. Jesus schaute zu ihm auf und sagte, Zacchaeus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Nehmen wir diesen Satz mal genau unter die Lupe, okay? Zacchaeus, die Segnungen Gottes, besonders Rettung für Zacchaeus. Das ist so schön. In diesem einen Satz steckt so viel. Wissen Sie, man kann die Bibel auf verschiedene Weise lesen. Man kann sie wie ein Panorama lesen, was auch schön ist. Aber wenn man die Zeit hat, wenn man mehr bekommen will, kann man sie nicht nur makroskopisch betrachten, sondern auch mikroskopisch, dann stößt man auf Schätze. Dazu gehören auch die Aussagen von Jesus. Wenn man sich Zeit nimmt, über sie nachzusinnen, zeigt der Heilige Geist einem mehr. In der Bibel steht nämlich, dass die Leute sich über die Worte der Gnade wunderten, die aus dem Mund von Jesus kamen. Die Soldaten, die ihn eigentlich verhaften sollten, kamen mit leeren Händen zurück. Als sie nach dem Grund gefragt wurden, sagten sie, nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Also, seine Worte sind es nachdenkenswert. Amen. In diesem Satz sagt er, Zacchaeus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Zacchaeus, er spricht ihn persönlich an. Rettung ist persönlich. Er nennt uns beim Namen. Wenn Gott sie retten möchte, nennt er sie beim Namen. Er kennt ihren Namen. Gott sieht nicht eine Menschenmenge, sondern Individuen. Er kennt ihren Namen. Es ist persönlich. Zacchaeus, steige schnell herab. Es ist dringend. Es ist eilig. Steige schnell herab. Das ist die einzige Stelle in den Evangelien, wo unser Herr jemandem sagt, er solle sich beeilen. Nur wenn es um Rettung geht, sagt er, werde schnell errettet. Bleibe keinen Augenblick länger in der Dunkelheit. Bleibe keinen Augenblick länger unter der Macht Satans. Bleibe keinen Augenblick länger verloren. Das ist die einzige Stelle. In den vier Evangelien steht nirgends, dass unser Herr je geeilt ist. In der Bibel steht sogar, wer glaubt, der flieht nicht. Die Bibel spricht von Frieden und Jesus hat es nie eilig. Nie. Lesen Sie genau. Er hat immer Zeit. Das ist erstaunlich. Viele von uns, die weniger zu tun haben, haben keine Zeit. Aber Jesus hat immer Zeit. Er hat Zeit, mit einer Frau zu sprechen, die ihn berührte. Als Jairus Tochter starb, hatte er Zeit, zu ihm nach Hause zu kommen und sie von den Toten zu erwecken. Er hat für alles Zeit. Wir sind eine Gesellschaft, die es sehr eilig hat, oder? Einmal fuhr ich mit dem Auto zur Gemeinde, um über Ruhe zu predigen. Und ich fuhr ganz schnell, weil ich etwas spät dran war. Ich hatte mich bei meinen Vorbereitungen nicht bremsen können und während ich zur Gemeinde raste, um über Ruhe zu predigen, sah ich ein Schild am Straßenrand. Auf dem stand langsam. Da stand langsam. Ich dachte, spricht Gott zu mir? Wer von Ihnen weiß, dass Gott auch durch Straßenschilder sprechen kann? Ich dachte, vielleicht ist das nur ein Zufall. Langsam. Also fuhr ich langsamer. Und Sie wissen, dass ich sehr davon überzeugt bin, dass wir uns nicht auf unsere eigenen Werke verlassen sollen, richtig? Dann, nachdem ich das erste Schild noch als Zufall abtun wollte, kam danach ein anderes Schild, das auf eine Baustelle hinwies. Wörtlich Werke voraus. Also wenn man nicht langsamer macht, verwickelt man sich in Werke. So verwickeln Christen sich in Werke. Sie versuchen aus eigener Kraft zu erreichen, was bereits durch das Blut erreicht worden ist. In der Ruhe erlebt man Segen. Wenn man ruhen lernt, zeigt sich der Segen. Preis den Herrn. Aber nur hier sagt Jesus jemandem, dass er sich beeilen solle. In allen vier Evangelien ist es nur hier. Zu Zachäus. Denn wenn es um Rettung geht, wartet man nicht. Schnell. Da sagt man nicht, ach, irgendwann einmal werde ich gerettet. Irgendwann einmal gehe ich zu einem Gottesdienst. Irgendwann einmal entscheide ich mich für Jesus. In der Bibel steht, heute ist der Tag des Heils. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Also, Zachäus, Rettung ist persönlich. Schnell, Rettung ist dringend. Steige herab, Rettung ist demütigend. Man muss herunterkommen. Wissen Sie, welche Geschichte davor kommt? Wissen Sie das? Schauen Sie in Ihrer Bibel nach. Das Lukas-Evangelium ist ein göttlich angeordnetes Buch. Welche Geschichte kommt davor? Schauen Sie nach. Vor Zachäus' Geschichte in Lukas 19. Was ist die letzte Geschichte in Kapitel 18? Die Ereignisse wurden nämlich vom Heiligen Geist in dieser Reihenfolge geordnet. Ich sagte, der Heilige Geist hat sie so geordnet. Welche Geschichte? Der Blinde in Jericho, richtig? Die Heilung des Blinden in Jericho. Markus' Evangelium nennt auch seinen Namen, Bartimaeus. Aber hier wird er einfach ein Blinder genannt, richtig? Warum hat der Heilige Geist den Blinden hier platziert, vor der Geschichte mit Zachäus? Warum? Die Antwort darauf findet man in Markus. Da sagten die Leute Bartimaeus nämlich, steh auf, er ruft dich. Jesus ruft dich. Dem Blinden Bettler, der am Boden saß, sagte Jesus, steh auf. Zachäus, der oben war, sagt Jesus, komm herunter. Jeder muss auf die gleiche Höhe kommen, wenn man vor Jesus tritt. Verstehen Sie das? Ob man reich oder arm ist. Dem armen Bettler sagte Jesus, komm hoch. Vor Jesus stehen alle auf der gleichen Höhe. Deswegen sagte der Prophet Jesaja auch durch den Heiligen Geist, wenn Jesus kommt, würde jeder Berg erniedrigt und jedes Tal erhöht werden. Die Berge kommen herunter und die Täler kommen hoch, damit sie alle auf einer Ebene sind. Alles klar? Können Sie da mal Amen sagen? Wir alle können von Jesus empfangen, ob arm oder reich. Darauf kommt es Jesus nicht an. Jesus kommt es auf den Glauben an. Pastor Prince schaut nicht auf arm oder reich. Pastor Prince schaut auf Pastor Henry. Nein, er schaut auf den Glauben. Amen? Preis den Herrn. Zachäus, es ist persönlich. Schnell, es ist dringend. Es ist drängend. Steige herab, es ist demütigend. Rettung ist demütigend. Einige Leute würden gerne gerettet werden, wollen aber nicht nach vorne kommen. Es ist zwar nicht das Nachvornkommen, durch das man gerettet wird, aber wer von ihnen versteht, dass man alles niederlegen muss, um sein Vertrauen auf Jesus zu setzen? Unser Reichtum kann uns nicht retten. Unser guter Familienname kann uns nicht retten. Wissen Sie, die Arche, Noahs Arche, hatte nur einen Eingang, nur eine Tür. Die gleiche Tür. Ob nun eine Schildkröte kam oder eine Giraffe, okay? Die Giraffe musste sich bücken, um in die Arche zu kommen. Wer von Ihnen versteht das? Wir alle kommen durch dieselbe Tür, um gerettet zu werden. Jesus Christus. Also es ist demütigend. Steige herab, denn heute muss ich, muss ich, unterstreichen Sie das Wort muss, als ich mich damit näher befasste, machte mir der Herr bewusst, dass es eine göttliche Notwendigkeit gibt. Von einer verkrüppelten Frau sagte Jesus, sollte sie nicht gelöst werden. Das griechische Wort dafür ist Dei. Dei, eine göttliche Notwendigkeit. Das gleiche Wort. Aber diese Tochter, eine Tochter Abrahams, sollte sie nicht von dieser Bindung gelöst werden. Dasselbe Wort, das damit sollte übersetzt wird, taucht hier auf. Heute muss ich dein Gast sein. Es ist eine göttliche Pflicht. Und was für ein Segen. Es ist eine gesegnete Pflicht. Eine gesegnete Pflicht. Amen. Zacchaeus. Es ist persönlich. Schnell. Es ist dringend. Steige herab. Es ist demütigend. Heute muss ich. Es ist eine göttliche Pflicht. Wer von Ihnen versteht, dass es eine gesegnete Pflicht gibt? Gott bindet sich an Zusagen. Wissen Sie das? Gott bindet sich nicht, weil er befürchtet, er könnte seine Meinung ändern. Gott bindet sich an Zusagen, damit wir Menschen, die zum Misstrauen neigen, innerlich ruhen können. Durch seinen Bund mit uns hat Gott sich gebunden. Gott kann nicht lügen. Jetzt hören Sie genau zu. In der Bibel steht nicht einfach, dass Gott nicht lügt, sondern nicht lügen kann. So heißt es in Titus. Da steht, Gott kann nicht lügen. Es gibt einige Dinge, die Gott nicht tun kann. Gott ist allmächtig. Aber trotzdem kann er ein paar Dinge nicht tun. Gott kann nicht lügen. Gott kann uns nicht krank machen. Gott kann keine Krankheiten austeilen, weil er keine hat. Gott kann uns nicht schaden. Es gibt also einige Dinge, die Gott nicht kann. Und es macht ihn noch wunderbarer, dass er bestimmte Dinge nicht tun kann. Alles, was er muss, ist so wunderbar schön. Ich muss, griechisch de, sollte, muss, er bindet sich. De heißt hier, ich muss. Ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Weil du ein Sohn Abrahams geworden bist, muss ich in deinem Haus einkehren. Ist das nicht wunderschön? Wodurch entstand diese göttliche Pflicht, weil er ein Sohn Abrahams geworden war. Also, Zachäus, es ist persönlich. Schnell, es ist dringend. Komm herunter, es ist demütigend. Ich muss heute. Es ist eine göttliche Verpflichtung, eine gesegnete Pflicht. Wenn du darunter kommst, bin ich dein Gast. Wo? In deinem Haus. Es ist gemeinschaftlich. Er segnet nicht nur Individuen, sondern ganze Häuser. Er segnet ganze Familien. Das ist eine gute Nachricht. Durch einen treuen Vater kann die ganze Familie gerettet werden. Gott sagte nicht zu Noah, ich habe gesehen, dass deine ganze Familie gerecht ist. Er sagte, ich habe gesehen, dass du gerecht bist. Da steht nicht, Noah und seine Familie fanden Gnade, sondern Noah fand Gnade. Wer treu ist, dessen Familie kann gesegnet sein. Sogar wenn sie selbst nicht ganz so treu ist. Selbst wenn die Kinder beispielsweise nicht zum Gottesdienst kommen. Sie können immer noch gesegnet sein. Wegen ihnen. Aber Pastor Prince, was ist, wenn mein Mann kein Christ ist? Dann sind sie trotzdem eine Tochter Abrahams. Setzen Sie Ihren Mann nicht ungut unter Druck. Setzen Sie Ihren Mann nicht unter Druck. Nach dem Motto, hör dir doch mal Pastor Prince an. Dadurch machen sie ihm, Pastor Prince, nur verhasst. Ich kann diesen Pastor Prince nicht ausstehen. Der macht meine Frau so kommandierend. Ich lasse mich nicht herumkommandieren. Also bitte, regen Sie Ihren Mann lieber positiv an. Jedes Mal, wenn Sie zurückkommen, schauen Sie ihn mit diesem bestimmten Blick an. Sagen Sie, jedes Mal, wenn ich zurückkomme, ist mein Herz irgendwie voll von Liebe für dich. Den Rest wird der Herr schon in die Wege leiten. Am nächsten Tag oder nächste Woche sagt er dann bestimmt, Schatz, warum gehst du nicht wieder? Geh zum Gottesdienst, okay? Wer von Ihnen versteht das? Vielleicht kommt er sogar mit, Halleluja und hört sich selbst das Wort an. Preis den Herrn. Also, in deinem Haus, es ist gemeinschaftlich. Sind Sie nicht froh, dass der Herr gemeinschaftlich ist? Nebenbei gesagt, im Lukas-Evangelium ist der Herr besonders gesellig. Das liegt daran, dass Lukas eine besondere Betonung auf Jesus als Mensch legt. Im Lukas-Evangelium findet man Jesus in vielen Situationen wieder, wo er sich zu anderen Menschen gesellt. Es sind eine Menge Leute um ihn herum, auch im familiären Rahmen, beispielsweise bei Maria und Martha. Er ist sehr sozial. Im Lukas-Evangelium ist der Herr ein sehr sozialer Mensch. Warum? Warum besteht eine göttliche Notwendigkeit, dass der Herr sagt, ich muss heute Gast in deinem Haus sein? Warum? Die Antwort ist in Vers 8 zu finden. Nein, in Vers 9. Da sagt Jesus, heute ist diesem Haus heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Das wirft die Frage auf, wie wurde er ein Sohn Abrahams? Nebenbei gesagt, Vers 10 ist auch richtig schön. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Sagen Sie, um zu suchen und zu retten. Also, am Ende der Zacchaeus-Geschichte, gleich nachdem er sagt, er ist ein Sohn Abrahams, sagt er, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Behalten Sie das im Hinterkopf. Jetzt will ich das Geheimnis aufdecken, wie Zacchaeus zu einem Sohn Abrahams wurde. Dafür gehen wir noch mal zurück zu Vers 1. Da lesen wir, dass Jesus nach Jericho kam. Und siehe, da war ein Mann, genannt Zacchaeus. Nichts Besonderes. Er wollte Jesus sehen, konnte es aber nicht, weil so viele Menschen im Weg standen und er zu klein war. Oberflächlich betrachtet gibt es nicht viel her. Aber da kann das griechische aufschlussreich sein. Wenn man nämlich Vers 2 liest, nein, Vers 3, und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei. Oberflächlich betrachtet klingt das einfach so, als wollte er Jesus sehen. Konnte es aber nicht, weil er zu klein war. Viele verstehen das so. Ich hatte das früher auch so verstanden, dass er Jesus sehen wollte, wie die meisten Menschen. Einfach aus Neugier. Es gibt immer Leute, die etwas einfach aus Neugier sehen wollen. Andere sind halb zynisch oder sogar ganz kritisch eingestellt. Einige sind ärgerlich auf ihn, wie die Pharisäer, weil er angeblich den Sabbat gebrochen hatte. Es gab also viele Gründe, warum sich die Menschen darum drängten, Jesus zu sehen. Mütter hoben ihre Kinder hoch, damit Jesus sie segnete. Was machte diesen Mann anders? Ich dachte immer, er wollte auch einfach Jesus sehen, um mal einen Blick auf ihn zu werfen. Aber er konnte es nicht wegen der Menschenmenge. Das ist eine oberflächliche Interpretation. Aber wenn man sich die griechische Zeitform in Vers 3 genau anschaut, das griechische Wort da ist im Imperfekt. Das Imperfekt von Suchen oder Versuchen bedeutet, er hatte es schon länger versucht. Das Imperfekt weist auf eine fortwährende Handlung in der Vergangenheit hin. Das heißt, er hatte Jesus schon länger sehen wollen. Er hatte ein Herz, das nach Jesus verlangte. Mit anderen Worten, es war nicht einfach Neugier, Jesus sehen zu wollen, sondern höchstwahrscheinlich etwas, was der Heilige Geist in ihm bereits getan hatte. Wer von Ihnen möchte Jesus sehen? Neue Aspekte von ihm. Dieser Wunsch, ihn zu sehen, ist etwas, was Gott ganz stark wertschätzt. Leute fragen mich teilweise, wie kann ich Jesus heute sehen, Pastor Prince? Das fragte mich gerade neulich jemand. Soll ich ihn mir vorstellen? Wie kann ich Jesus sehen? Soll ich ihn mir ausmalen? Nun, Jesus hat uns gesagt, wie wir ihn am besten sehen können. Nach seiner Auferstehung auf dem Weg nach Emmaus. Er ging mit zwei Jüngern. Stellen Sie sich das vor. Er ging mit ihnen in seinem Auferstehungsleib. Und doch erkannten sie ihn nicht, weil er ihre Augen davon abhielt, ihn zu erkennen, heißt es in der Bibel. Er hielt ihre Augen davon ab, zu sehen, wer er ist, weil er sie die Bibel lehren wollte. Er wollte ihnen zeigen, was die Bibel über ihn zu sagen hat. Er wollte lieber, dass sie ihn in der Bibel sahen, als rein körperlich. In der nächsten Sendung Gott wird sie niemals beschämen. Wir können Gott vertrauen. Wir können dem Herzen des Vaters vertrauen. Wir können seinem guten und gnädigen Herzen vertrauen. Wir können uns an ihn anlehnen. Amen? Preis den Herrn!